Mein Name ist Daniel Gehrmann, ich bin der Direktor des Kantonsspitals St. Gallen. Gerne nehme ich Sie jetzt mit auf eine kleine Reise durch unseren Ausbildungsbetrieb. Werden auch Sie ein Teil von uns. Als grössten Ausbildungsbetrieb im Kanton haben wir über 700 Lernende und Auszubildende täglich im Einsatz. 14 verschiedene Grundbildungsberufe kann man bei uns erlernen. Sechs klassisch als Fachperson Gesundheit oder medizinische Praxisassistenz, aber auch im KV-Bereich, in der Restauration, Informatik und in vielem mehr. Auch nach der Lehre haben wir ein breites Weiterbildungsangebot. Sechs verschiedene Weiterbildungen im Bereich der höcheren Fachschule, sieben Fachhochschule-Weiterbildungen und vier Nachdiplom-Studiengänge können bei uns erlernt werden. Die medizinische Ausbildung lebt uns am Herzen. Bei uns kann man das Wahlstudienjahr innerhalb des Medizinstudiums absolvieren und in Zukunft bieten wir auch das Masterstudium Medizin in Kooperation mit der HSG und der Uni Zürich an. Habe ich Sie für unseren vielfältigen Ausbildungsbetrieb begeistern? Dann kommen Sie zu uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017